Na, servus Jüngsen und Mädels. Ähm, noch eine neue Runde. Hearthstone. Ich habe mir hier einen Disco-Log gebaut. Also passend zum Setup. Karazhan. Also eigentlich ein Discard-Log. Mal gucken, wie geht das? Gut, discarden wir mal an Random Card. Und noch eine. Macht mir eigentlich nichts, dass die weg ist. Gut, läuft ganz okay. Noch ein Brawl, hatte ich schon eins. Die Woods. Ah, das ist natürlich optimal, ne? Guck mal, was er jetzt noch macht. Gucken wir mal, was er jetzt noch macht. Silverware Golem ist wieder nicht dran, ey. Können kotzen. Oh, das ist übel, wie soll ich denn da vorbeikommen? Ach schade, er kann was kaputt... Er kann gewinnen. Echt jetzt? Ne, 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 ha, scheiße, er hat dringend gedacht, fuck, ah, ich dachte er hätte einen Fehler gemacht, hat aber nicht, schade, okay, another try, probieren wir's nochmal, ah, Penner, okay, okay, okay. Ja, das ist doch ganz gut aus, nehm? Okay. Okay. Wie schaut's denn aus? What to do? Ja, hier, traden. Schuss! Ringen wir den noch raus und gucken mal was er jetzt noch macht. Den standard germanusern denk ich immer. Und wer den Flamenchocolate drinnen hat. Tosca Hall. Oh, schwein. Machen wir auf jeden Fall weg. Oh, dann kommen wir uns hier noch eine Karte anbinden. Oh, geht's dir noch gut? Schade, keine Buff-Karte. Ich hoffe, er spielt kein Blitz, kein Lightning Storm aus. Ich muss schon wieder hinzufügen. Nee, pack's nicht. Nicht so schön. Gar nicht schön. Komm, it's overware. Yeah. Lightning Bolt zerstört, äh, Lightning Storm zerstört mich jetzt eigentlich vor der Kanne. Fire Metal. Mal auch nicht schlecht. Das sieht nicht gut aus. Ah, sieht nicht gut aus. Did you bring some fish? Hm. Boah, ey, übelst. Übelst. Naja. Ich bin so dumm. Wir können den Blatt machen, ne? Oh Gott. Wie schlecht. Wie schlecht. Okay, 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 okay. Einen Spiel mache ich noch. Reise ich mich mal zusammen. Versuche mal keine Fehler zu machen, oder nicht so viele. Keine ist ein bisschen... ...unrealistisch. Bei mir. Okay. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr fein aus. Also, servus. Ja, genau das Druiden, den kann ich mir auch bauen. Fangen wir schon mal so an. Ey, weißt du was? No risk, no fun. Schade. War jetzt wieder ein Fehler. Macht's nicht nach. Ähm. Was bringt mir der Paddler? Okay. Was mache ich nächste Runde? Soll ich ein Serverware einfach so ausspielen? Ne, ne? 50-50. Scheiße. Das waren die falschen 50. Ja, ich hätte es mir sollen für Kreaturen aufheben. Soulfire. Direkt fähig ist es dumm, weil... Da liegt ein Thorn draußen, da ist der Klamm gelegt. Erst tappen wir. Dann hätte ich es wieder versucht. Nächste Runde kann ich es in der Runde wieder probieren. Scheiße. Wie ich es gesagt habe. Scheiße. 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 Der Fight, faggot! D! Woh! 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 So eine beschissene Scheiße! Tch! Boah, Fendral! Jetzt geht's richtig ab! Heftig! Bam! Echt schade! Echt beschissen! Kommt zu spät! Das ist schon mal gut! Dann kann er den nicht direkt umhauen, aber mit Swipe schon! Boah! Ich liebe den Fendral! Der ist eine saugeile Karte! Boah, der nutzt die volle aus der Arsch! Das ist schon mal! Extraordinary! Extraordinary! Hm! Scheiße! Okay! Okay! Ist nicht so da haben wir das Deck! Ich verstehe schon! Hehehehe! Okay! Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal! Haut rein! Also beim Nachdenken! Wir sehen uns! Vielen Dank.